sehr schön so jetzt muss ich nochmal ja doch wir haben alles erkundet damals gut ha sehr schön okay dann treten das wasser ja gut gehen wir mal da rein nach dem wort ach so da gibt es gar nicht rein da geht es rauf dann sehen wir uns hier um Telmora sehr schön ok hier auch Telmora ja gehen wir erstmal hier rein Elignan Schneiderin wir sehen uns erstmal um wie darf ich euch helfen das weiß ich noch nicht das sehen wir dann gleich Schloss 50 das würde ich schon mal gerne knacken wollen dann reden wir erstmal mit ihr Telmora ist eine Telbani Turmstadt wir sind recht freundlich zu Fremden die wissen was sie vorhaben wie kann ich euch helfen ihr seid großzügig und euer Urteilsvermögen ist gut ich bin Elignan Schneider das zum heiligen Schwur ist unser Handelshaus unser Schneider ist auf einer Insel im Süden zu finden der Händler befindet sich auf einer Brücke östlich der Turminsel Schmied und Trankmischer findet ihr weiter dahinter auf einer kleinen Insel im Osten der Turm von Telmora steht natürlich inmitten des Hafens es gibt einen oberen und einen unteren Eingang der obere Eingang ist für Zauberer die fliegen können Schiffe gehen nach Süd-Adres Mora, Telerun wo es und Dagon fehl Ok So was hast du? Nein nicht was hast du denn? Ok nicht zu kaufen aber ich möchte sie auf 100 bringen denn dann können wir bei ihr verkaufen vielleicht nimmt sie das Buch oder so nein ok schade egal sehen wir uns weiter um Zellria Telmova ist eine Telvani-Turm-Stadtwinder wir sind recht freundlich zu Fremden die wissen was sie vorhaben wie kann ich euch helfen? Teilen ist gut Winder ich teile gerne ich bin Zellria Magierkrieger oh wir auch Magierkrieger Magierkrieger Magierkrieg Ok Ok Es ist mir eine Ehre Das ist schön wenn es eine Ehre für dich ist Ok Ich würde da unten gerne das da knacken Spreu wird gespeichert Ich möchte das nur knacken Aber hat sie gerade an mir geschnüffelt? Euer Verbrechen wurde der Wachen gemeldet Mist 30 Traken Habe ich jetzt 5 Kopfgeld Ok wir laden Das ist blöd Die sehen uns da oben Wir können uns unsichtbar machen Das sollte ich vielleicht Aber echt blöd dass die uns sehen Wir haben Schleichener auf 100 So Ring Dekker Konnte nicht geöffnet werden Natürlich nicht Jetzt So Das sind ja 30 27 sind jetzt noch drin Ok Interessant Na gut gehen wir Wir haben jetzt keine 5 Kopfgeld mehr oder nein Ruf 50 Ich habe das gesehen Ruf 50 Die Hälfte Der Menschen Morbind kennt uns Juhu Haha So Temura Kirstys Haus Wer ist Kirsti? Ich vermute mal du Das Glück ist mir holdwinder Ich bin Kirsti Meisterin Drahter Magierfürstin und Tevani Ratsherrin Ist unsere Gönnerin Kann ich euch den Weg in Temura weisen? Kann ich euch den Weg in Temura weisen? Sucht ihr einen bestimmten Ort? Oder sucht ihr jemand bestimmten? Das ist angemessen Minder Ich bin Kirsti Bürgerlicher Ok So Irgendwas wollte ich sagen Da muss ich noch nachsehen Genau wegen der Kleidung Welche Ring ich teile? Ring des Windes Ah Ring des Windes teile ich Sehr schön Da wurde der Ring abgelegt Das finde ich toll Mir gehts gut Danke der Nachfrage Der schwarze Pfeil Buch 1 und Buch 2 Was? Die brauchen wir Kleines Haus Wir speichern nochmal Wir speichern nochmal Sehr schön Hm Liegt da was? Ach da liegt Geld Na gut Dann tschüss Moment mal Da Da kommt man gar nicht zu hin Da muss man ja hier hingehen Ähm Tawani zum feierlichsten Schwur Ah Da gehen wir rein Hm Da ist Flynn Aber den müssen wir nicht extra nehmen Tawani Käufer Moshu Ach nein Oh Schloss 10 Die Türen der Geister Um was geht es? Natesse Das Glück ist mir Holtwinder Ich bin Natesse Meisterin Drater Magierfürstin Und Tawani Razziarin Ist unsere Gönnerin Kann ich euch den Weg in Taimura weisen? Sucht ihr die einen bestimmten Ort? Oder sucht ihr jemand bestimmten? Wobei der können wir ausbilden? Juhu Das ist angemessen Minder Schleichen geht nicht Blocken nicht Mittlere Rüstung auch nicht Schade Ich bin Natesse Ich tue mal dies Mal das Kundschäfterin würde ich vermuten Dass sie ist Das ist wahrscheinlich die einzige oder vielleicht eine von zwei oder drei Personen die sehr viel mit uns zu sagen hat Er zu reden hat Kundschäfter ja Kundschäfter 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 Naja Hat uns aber jetzt nichts Neues gesagt Zumindest habe ich nichts Unnötiges Töten ist ein Grund aus der Gilde ausgeschlossen zu werden Aha Diebesgilde oder was Na gut Na gut Das würde ich auch gerne öffnen Zehn Draken Das ist in Ordnung Gut Dann geht es da nach oben Was haben Was oder wen haben wir hier Niemanden Aber das ist eine Kiste Da ist nichts drin Ja gut das lassen wir hier Ich bin jetzt nicht hier um zu stehlen oder so Ich möchte mich ja eigentlich nur umsehen So Was haben wir hier schönes Hm Taeril Guten Tag Ich bin Taeril Wirt der Taverne Zum feierlichen Schwur Hier in Temura Wir vermieten Betten Und ich biete auch eine begrenzte Auswahl an Waren an Wenn ihr hier neu seid Kann ich euch auch sagen Wo ihr andere Dienste oder einen bestimmten Ort in der Nähe findet Wenn ihr jemanden bestimmten sucht Kann ich euch vielleicht auch helfen Teilen ist gut Winder Ich teile gerne Ich bin Taeril Wirt Äh nein Nein Ich will jetzt keins Zehn Draken Okay Ein Fischer meinte Schmuggler würden von einer Höhle an der Küste südlich von Temura aus operieren Er behauptet Er habe ein kleines Boot gesehen Das waren an einem Strand im Blut Den genauen Ort kann er nicht nennen Aber er ist sicher Dass es nördlich von Indoranien war Der alten dommerischen Festung Der man kanntesten Punkt In diesem Küstenabschnitt Ich bin mir ziemlich sicher Wir haben diese Höhle entdeckt Vielleicht waren das sogar die Diese Banditen Gruppe Die da Den Pakt mit den Der Papieren da geschlossen haben Wäre lustig Hätten wir wieder eine Quest gemacht Hä Ich vermute zumindest dass es dafür eine Quest gibt Das ist aber auch nicht Mal sehen Handeln Das magst du nicht Das auch nicht Okay Lassen wir dann gehen wir hoch ist das mondzucker die lateine hier die fliegt das ist ein schloss 25 der pfad des pilgers ganz gut ganz gut bohr wen was wollt ihr fremdländer ausgebildet werden möchte ich ihr beleidigt mich wieder auch schade so sie zeichnet jetzt auf unsere karte ein lol ich bin bohr wen kundschafter und frantera die man oft einfach aschläner nennt ok der zweite von höchstens drei sage ich mal kundschafter naja aber ich glaube auch die hat weniger zu ne ungefähr genauso viel oder wie die andere oder vielleicht sogar mehr bei dem anderen war dienst glaube ich zuerst äh noch auf der ersten seite hm ja die hat mehr zu erzählen das ist jetzt die dritte seite die andere hat drei volle und eine angefangene seite und ich glaube da kommt aber noch eine volle seite hier hier dazu also vier plus der angefangene ja jiji erzählt mehr ok ausbildung am und nach vorher überzeugen sehr schön so schleichen geht nicht blocken nicht mittlere rüstung auch nicht schade gut da möchte ich aber das da all haben öffnen sehr schön 25 dragen das ist mir aber egal so gehen wir weiter hier runter geht es noch da ist gar keiner aufenthalts raum ok also es gibt nur diesen einen eingang da hinten ich hätte tatsächlich vermutet es gibt mehrere eingänge hier aber na gut dann halt nur den hier so dann wo geht es jetzt weiter also hier hier doch da geht geht hier die treppe so hoch lasst mich in ruhe nina nina mein ganz normaler name sonst sind hier irgendwie immer ausgefallene namen finde ich und hier nina ganz normaler name kommen nicht viele fremde nach demora ich wette ihr habt fragen sowas wie wo sind denn hier nur die dienste die bargels überhaupt nicht wurde gewandt hat er 75 punkte ich verstehe wenn da ich bin nina voll strecker und helfer derer die man oft einfach fürstenhaus delvani nennt das sind die regeln der delvani die haben wir auch schon des öfteren gelesen gott fertig und auch hier geht es einfach nur so na gut dann geht es also hier weiter was ist hier los brw in händlerin da können wir was verkaufen oh wir sind etwas leichter geworden nehmen wir gleich hier den da so kultpflege ursprung der magiergilde fahrt des pilgers wie es bei zauberern zugeht biografie von berencia 3 das bräuchten wir wobei ich weiß nicht ich glaube biografie haben wir sogar schon alles oder schloss das ist verzaubert eisen flammen klingen schwer des lichtes da sind ist der gürtel des charismas versteckt frost resistenz federschild tuch horn faust arm schnee links eier und wo ist die rechte das ist eine normale kiste mit den ganzen sachen drin die sie verkauft okay so irgendwas höre ich doch hier naja jetzt reden wir erstmal mit ihr seid ihr gekommen um den corpus von dort zu beseitigen aha das war's ja wenn du das können uns weiterhelfen ich bin bär wegen händler gieritz qua heute ah mein alter von gieritz ich habe vernommen dass ihr ihn vor nicht allzu langer zeit aus arger not befreit habt es ging dabei um geschäfte mit ein paar nichtsnutzigen aschlindern stimmt's sie werden es nie lernen trotzdem vielen dank ich habe eine menge in diese wahrhaut investiert das wäre ein schlimmer schlag gewesen wenn gieritz sie nicht hätte verkaufen können hier nehmt dies als zeichen unserer anerkennung dreimal standard lebenstrang hinzugefügt erregende stachelfaust hinzugefügt und tagebuch aktualisiert okay gut dann erst mal das tagebuch ich erwähnte atandeln gieritz namen gegenüber bärwin in telmora sie erkannte meinen namen sofort und wusste was ich für ihren freund getan hatte sie war mehr als großzügig wie gieritz versprochen hatte sie gab mir drei tränke zur heilung und einen ring von dem sie behauptete dass er mächtige magiekräfte besitze